Das ist der Party! Das ist der Party! Das ist der Party! Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leon Maché am Start. Diesmal wieder mit Mert Mozart. Und wir kommen zu einer neuen Folge von Wenn du Eier hast! Aber XXL! Worauf die Leute lange gewartet haben, oder? Diesmal wird rasiert in Paris. Und ich glaube, ich hab dickeren Eier. Und ich glaube, ich zeig dir das auch heute mal. Anständig, oder? Was guckst du dir die Frauen so an? Komm, zieh durch! Mach irgendwas, komm! Und zwar, Leon, gehst du jetzt erstmal aufm Eiffelturm. Die erste Aufgabe, direkt aufm Eiffelturm. Direkt aufm Eiffelturm. Und da oben machst du eine Runde und schreist Papi, Papi, Mami! Digga, komm, bist du dabei? Ja, klar mach ich das. Was ist das für eine billige Aufgabe? Willst du mich pranken, oder was? Sorry nochmal, Leute. Ich hab das Video in Frankreich gelöscht. Deswegen mach ich das jetzt einfach in Hamburg. Daddy! Daddy, where are you? Where's my daddy? Oh my god, where's my daddy? Daddy! Daddy! Where are you daddy? Oh my god! Where's my daddy? Oh my god! Scheiße, ich bin ganz alleine. Oh my god, die sind voll durch. Hast du gesehen? Gut, gut. Ich geb dir eine etwas härte Aufgabe. Du hast mir keine harte Aufgabe gegeben. Bruder, wenn du Eier hast, Eier, dann gehst du jetzt dahin, ist so ein Krepp-Stand, weißt du? Sagst, ich will mir einen eigenen Krepp machen, irgendwie, weißt du, und provozierst ihn. Okay, okay. Bruder, du weißt ja auch mal, wie ich die Leute provoziere. Genau so musst du ihn jetzt provozieren. Ziehst du durch? Lava, du ziehst durch! Bruder, dir sind Eier gewachsen, ich muss sagen, ja? Best Teuer aus Hamburg, heide, heide! Yo, you need work, man. Can I work? Work here. No. Can I make me a pancake? Why? Come on. I just want a pancake. Why? 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 I want a pancake. A pancake, klar. Can I have your hat? Can we switch? Oh. Can we switch? Why? Why? Okay, then? Can I make my own? Sorry, not the apple juice. What do you want? I want a krab. With? With my own. I want to make my own krab. Nutella? No. Okay, okay, I'm kidding. We have a street comedy. Chef, I'm just kidding, okay? Come on, give me your hand, sorry man. Come on, sorry. Okay, sorry. Give me sorry. Alright. Oh, yeah. It was fun cool. Okay, okay. I'm just kidding, man. Come on, what is this? Okay, sorry. Chill. Chill, man. Oh, oh, wow. Das durchgezogen wurde, der hat direkt Mariette und so. Mariette. Aber egal, Digga, das war ganz cool. Das war echt mies, Digga. Du, Digga, bist ja ein kleiner Rap-Guardi. Übertreibt, oder? Und zwar, gehst du und rappst mal ein bisschen auf Französisch. Ich kann doch gar nicht auf Französisch rappen, Mann. Egal, machst du. Irgendwie? Das wird, glaube ich, nicht lustig sein. Ich zieh durch, aber werd nicht. Ich probier's dir da. Ich probier's dir da. Ich probier's dir da. Super. 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 Ich bin ein guter Arte von Deutschland. Mein Name ist Bushido. Ist das gut oder nicht? Ich bin ein französischer Bushido in Frankreich. Wenn ich jetzt der französische Bushido in Frankreich bin, zeigst du mir jetzt deine Eier, Bruder. Wenn du euer hast, gehst du jetzt auf den Eiffelturm rauf, ne? Ich war ja auch vorhin drauf, ne? Gehst du rauf und sagst, oh mein Gott, I will jump, I will jump. Du tust so, als ob du runterspringen willst. Natürlich springst du nicht runter, aber du tust nur so. So auf den, oh mein Gott, help me und so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kritisch. Ich mach nicht. In Ernst? Ja, Mann. Das ist ein bisschen zu viel, Digga. Das ist... Okay. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nein, Mann. Dann würde ich mal sagen, wir kommen zu der Bestrafung, Bär. Ah, shit. Okay, Mert, hier ist der leckere See oder Teich oder was auch immer das ist. Oh, Digga, das riecht hier schon extrem gut. Digga, zieh mal durch, Alter. Und schnapp mal nicht so viel. Nee, egal. Komm her. Komm jetzt. Bruder, wir wollen alle die Bestrafung sehen. Zieh durch, Mann. Es ist eiskalt hier. Guck mal, wie grün das ist. Ey, aber du weißt, ne? Zehn Sekunden, ne? Komm, oh, geh auf die Beine. Warte, ich muss das richtig hüllen. Ey, das sieht so eklig aus. Trink mal, ich hole dir den Stroh ein, Bruder. Oh mein Gott. Zehn Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ach du Scheiße. So eklig, ja. Bruder, soll ich dir den Stroh anholen? Sag mal ehrlich. Kacke, Digga. Ey, soll ich dir Stroh anholen? Kann mal. Das ist was Kacke, Digga. Das ist Kacke, glaub ich sogar. Warte, was für ne Bestrafung du kriegst du Wichser. Ich kann nicht mal meine Haare wegmachen, Mann. Ich hab kein Handtuch. Mach mal weg. Verpüssig. Da sind bestimmt zwei, drei Leichen drin. Ja, dann kriegt auf jeden Fall ne richtig kranke Bestrafung, Leute. Falls ihr das sehen wollt, lasst nen Darm hoch da. Und ja. Ja, Digga. Nee, 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 nee. Hau rein. Ciao, ciao, ciao. So, Freunde. Und endlich hab ich meinen eigenen Shop. Viele haben gefragt. Jetzt ist er da. Wenn ihr Interesse habt, dann klick jetzt den Link in der Infobox. Los. Klick ihn, klick ihn. So, Freunde. Das war das Video. Wenn du ASXXL. Ihr habt lange drauf gewartet und diesmal haben wir es einfach durchgezogen. Wir sind jetzt gerade im Hotel angekommen und ey, das war mega geil, ne? Sag mal ehrlich. Das war, das war cool. Wir haben echt Session gemacht. Wir haben echt Session gemacht. Ansonsten lasst ihn da hoch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, in welches Lappmann so als nächstes gehen kommen. Ansonsten checkt mir das Video in der Infobox oder hier als nächstes. Wir haben auch ein Vendor ASXXL gedreht. War mega geil. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Oder besser gesagt, bis morgen. Ciao. 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 Ciao.